Oh! Oh die Dubstepgun! Ich hör sie doch schon wieder. Fafafafaa! Also ich bin tot. Ne, mich nicht. Okay, ich dachte auch die Maps sind jetzt vorbei und jetzt kommt direkt die nächste Oh, hier liegt eine Auge! Geil, eine Auge! Wie gut ist das denn? Gut, ich weiß jetzt nicht wie lange das Video gerade war. Ich glaube nicht ganz eine halbe Stunde, aber schon nah dran. Lassen wir halt eine Folge hier auf der Map weg, dann muss ich halt nächstes Mal merken, dass ich das dran lasse hier. Lebt Bruno noch? Ja. Lebt Jotti noch? Ja. Ja, oder? Da leben die alle noch. Krass, ich bin schon wieder. Alter, ich bin einmal Träter hier, Mensch, 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 Mensch. Oh, die verkaufen den Koffer. Ah! Nasıl so? Ich bin so cooler. Ah! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo. Vielen Dank. das garantiert. Ja, irgendwann. So bei Aufnahme 50 oder so, dann sind wir auch mal so weit. Genau. Ja! Ja! Also ich würde sagen, der Traitor fängt dann an, sich vorzustellen. Aber schwierig in der Preparing-Phase. Boah, ist das laut hier, Alter. Ist das so? Alter Falter. Ich hoffe, das ist nicht im Video so laut. Was? Ich höre dich nicht. Hä? Das ist so laut. Alter. Was zur Hölle ist das hier? Ist schon ein bisschen am Rauschen. Diese Leitern immer. Ach, die hatten wir noch schon mal, oder? Ne, die hatten wir noch nicht. Sicher? Sicher, das? Ja. Die geht nicht auf. Warte, was? Ey, Tänchen. Kann mir einer sagen, wo man die Waffen findet? Liege hier irgendwo rum. Ich muss das mal leiser machen, ey. Sonst fühl ich ja am Rad. Ich, ich, egal wo ich hinlaufe, ich find keine Waffen. Ich find nur Munition. Hiel den Schraubenzieher. So. Äh, hier, komm mal mit. Komm mit. Ja, nice, 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 nice. Warte, da lang. Oh yeah, ne, 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 ne. Dankeschön. So. Und hier, glaub ich, auch noch irgendwo. Oh, was ist das denn hier? Okay. Fässer, fässer, fässer. Was machst du denn da? Ist das ne Kamera? Oh, yeah. Leute, Foto. Was, Foto? Hier, meine neue, für die Vlogs. Hallo, ich bin der Käpt'n. Hallo, hallo, hallo. Kann man hier irgendwelche Knöpfe bedienen oder so? Na, irgendwie nicht. Da vielleicht. Nicht, dass ich wieder irgendwelche Schaltschränke hier versuche zu benutzen und tot umfalle. Alles schon gehabt, Leute. Alter, die Map ist echt laut. Ich muss auch mal kurz den Sound runterdrehen. Geht gar nicht. Bitte nicht töten. Äh, oder auch nicht. Äh, zurück zum Hauptmenü. Option, Audio. Das hat nen Raketenwerfer. Ich will den Raketenwerfer haben. Oh, ja, das ist viel angenehmer. Das ist was viel angenehmer, nicht? Nicht? Den kann ich gerade nicht nehmen. Wieso nicht? Weiß ich nicht. Den kann man nicht nehmen. Äh, ja. Der ist mit Deko. Ne, bei Traitor ist das so. Die können die nicht nehmen. Ne, der liegt ja. Der steht ja rum. Der steht nicht da rum. Hier, hier. Wo bist du denn? Wo bist du? Ja, hier, hier. Links von dir. Hier, hier, hier. Nur der Traitor kann die nicht nehmen. Oh, was ist das denn hier? Ja, genau. Ja, na, komm mal. Ah! Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Vielen Dank. 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 Ja, das kann bestimmt... Warum nicht? Mann, 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 Mann! Okay, dann nicht. Scheiße. So, sehr gut. Ich hab' ne Sniper. Das macht auf der Map hier besonders viel Sinn. Hi, 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 hi. Hallo. 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 Hi, 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 hi. Are you, hi, 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 hi. Und die Tür geht auch auf. Hey, hi, 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 hi. ini period. Nein! Ich hab eh noch zwei! Ja, wieso warst du denn schon? Ja, anstatt ihn zu erschießen, wollte ich, habe ich die Kiste neben ihm, das ist fast erschossen. Ja, geil! Ich habe mich selber runtergehauen. Aber geil, geht doch einfach selber. Nice, nice, nice! Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. So. So, was ist das für ein Geräusch? Okay, eine Mac-10, die gehen wir mit. Oder auch, äh, nicht. Hallo, danke. So, das schmeckt besser wie die Sniper auf jeden Fall. Ich muss mal kurz meine Sitzposition hier optimieren. Uh, eine Galil, uh! Uh, hab ich noch nicht gesehen? Digga. Digga! Digga! Hab ich nicht gesehen! Die ist aber nicht so gut wie die aus COD, also die Galil. Was, was liegt da? Möchte ich die haben? M16, die hat die, nehmen wir doch mit hier hin. M16 ist schon mal nicer wie die Mac-10. Was ist das eigentlich für eine Rampe hier? Die kann man doch bestimmt auch irgendwie nutzen und nach unten fahren. Das ist bestimmt so ein Traitor-Ding, oder? Oder? Nein! Oh, oh. Was passiert, wo, wenn ich da runter springe? Ich bin versucht, das zu testen. Aber ich glaube, dann sterbe ich. Also, wenn ich tot bin, ist pauschal Curry-Traitor. Ohne das... Ja, natürlich, natürlich. Ich bin nicht mehr in der Nähe, aber ich bin es. Ja, ja, natürlich. Nee, da springe ich jetzt, da springe ich jetzt nicht runter. Da liegt noch so... Nee, das ist die Kamera. Okay, wieso ist da eine Kamera? Leute, wir werden gefilmt, heimlich. Jotti, wenn du Bock hast, sag mal was. Bye. Okay. Kuruno? Ja? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Das ist Curry? Nee, Jotti. Alles klar. Jotti, Jotti, Jotti. Oh, es geht's wo? Oh, oh, oh. Nein, doch nicht. Ich rappe in Karton. Ihr müsst auf jeden Fall aufpassen. Ah, ich bin beschossen. Ich weiß nicht. Ah, ah. Sehr authentisch. Ah, ah, ah. Wisst ihr eigentlich, dass es auf diesem Lappen Traitor Detector gibt? Ja, DNA-Tester. Naja, eigentlich eher so eine Schranke. Okay. Zumindest hat sie gerade, wenn ich durchgelaufen bin, so... Innocent. Echt? Ja, oder scheiß. Die hat dann grün geblinkt. Und innocent gesagt. Wenn ich die Knüfte hier habe, die wäre geil. Ist eigentlich auf der mein Traitor Room? Das muss uns der Traitor beantworten. Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht weiß, dass hier jemand so verliebt. Ach, hier ist er. Ach, hier ist er, Dings. Okay. In Aiden, der Fall ist drei Batterien. Ah, okay. Also, ja, der ist doch gar nicht angeschlossen hier. Ja, D, was erzählt du das schon wieder für Müll? Da musst du es Batterien geben, damit er funktioniert. Ist ja keine Schranke, da musst du eben eine Schranke nehmen. Das ist so ein Ding hier, so ein... DNA Identifier. Wo sollen die Schranke sein? Ich habe nie gesagt, dass es eine Schranke ist. Es ist ein Durchgang, so eine Tür, so wie beim... Wie ein Metalldetektor. Okay. Mensch, keine Schranke. Die Schranke ist, glaube ich, vielleicht, dass man raus kann. Oh, Bruno war hier. Ah, nein! Nein! Was? Bruno ist es! Ich bin es nicht. Ich wollte immer ein bisschen was passieren. Papa, Papa, lass mich raus hier! Ich kämpf schon seit über der Runde dort und warte ein bisschen raus. Oh, 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 oh. Okay. Jetzt habe ich es halt mal ein bisschen interessanter gemacht, wenn ich mein Bild dahin gemacht habe. Hallo, Jotti. Das passiert doch gar nichts, oder? Hast du gemacht? Ich habe ihn in dem Raum eingesperrt. Da kannst du einen Knopf drüber gehen, dann gehen die Türen zu. Du bist das denn? lonely? Ich habe ihn in dem Moment. Okay. Oh, nicht Geld. Warum nicht nicht Geld? Warum nicht Geld? Warum nicht Geld? Warum nicht Geld? Bruno, warte noch. Bruno? Alles klar. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie war das? Wie ging das auf Gegenstände verlassen? Hallo? Hallo? Hi. Wie ging das auf Gegenstände verlassen, wenn man die besitzergriffen Dingsbums hat? Ja, STRG. STRG. Gut, muss man unbedingt merken. Hast du dich gerade selbst umgebracht? Nein, habe ich nicht! Ne, ich mein... Kinning. Nein. Nein? Ich hatte ihn ausgesperrt und da kam nicht mehr rein. Achso, LOL! Echt? Das war ich. Das war ich. Ich wollte eigentlich die Zeit absetzen. Und wie bist du dann gestorben? Keine Ahnung. Da kriegst du auch einen Schaden. Ach, das war... Oh, das war also die Falle. Okay. Ach, dann... Ich habe so einen kleinen Raum gefunden, da kannst du hochgehen. Da oben ist nichts, aber plötzlich hat die ganze Map gewebt. Okay. Ja, es gibt schon ein paar Fallen hier. Hier steht doch... Nicht mehr Traitor. Hier steht doch irgendwo eine... Also irgendwo in diesem komischen Labor steht so eine automatische Feueranlage anscheinend. Also Schussanlage. Die kann man auch aktivieren. Damit habe ich mich vorhin als Traitor selber gekillt. Ich bin nur durch den Kreis gelaufen. Ich habe zwar einen Radar gehabt und gesehen, wo er ist. Ich habe keinen Weg zu ihm gefunden. Radar muss... Wenn du jetzt durch die Schleusel musst, will ich durch... Ja, Bruno, ey, Alter. Der Bruder hat das Kumpel dann. Der braucht auch keine Feinde mehr. Ich sage dir. Ich wollte das die ganze Zeit mal ausprobieren. Ah, das ist schon ein Grund mehr, die Finger vor dir zu lassen, Junge. Wenn ich dich sehe... Ich bin weg, Junge. Ich bin weg. So oder so. Der Instant-Train. Hier ist doch eine Batterie. Ja. Ist das wirklich... Das ist ein DNA-Tester, ne? Sind diese blauen Dinger die Batterien? Wie kann man die denn da rein tun? Ich habe es vorhin mal probiert. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Killing, killing, killing. Nein. Ich bin bei Killing. Weil eine Batterie ist hier jetzt drin. Wie kann man denn die anderen... Ach, da müssen die hin! Alles klar! Na gut, das Bild passt genau da drauf. Warte, ich will... Was für ein Bild? Achso. Ich habe doch vorhin hier noch andere Batterie liegen. Wahrscheinlich immer woanders, ne? Hier, Captain, schieß mal auf mich. Schieß du doch mal. Ich habe noch eine. Kann man das benutzen? Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Doch, geht nicht, nein. Warte, warte, lass mich mal gucken. Ja, jetzt glaub aber nicht. Geht das? Weiß ich nicht. Stell dich mal da hin. Geht doch eh nicht, oder? Du... Das glaubst du wohl. Ja komm, ich habe mich auch schon hier gestellt, du Lappen. Das heißt ja nichts! Ich weiß ja, dass ich nicht Traitor bin. Ja, ich auch. Geht dann nicht, ist hier nichts. Oh, hier ist ne... Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Hier kann man hoch. Achso. Oh, hier ist ein Traitor-Ding, glaube ich. Aha. Aha. Ja, das war das, wo ich das Erdbeben auf der ganzen Map auskomme. Übrigens, Killing zoomt mich hier hart an und ist gerade... Captain zoomt mich auch hart an. Im Traitor-Menü, glaube ich. Wenn ich hier ist Traitor und so. Hm. 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 Doch, beschuldigen darfst du jeden. Du darfst nur keinen abknallen ohne Verdacht. Das war ja das, was ich vorhin sagte. Ist ja langweilig, wenn man keinen mehr als Traitor hier beschimpfen darf. Das ist ja doof dann. Dann können wir auch sagen, wir setzen uns in ein Eck und spielen Monopoly, bis einer anfängt zu schießen. gut. Bruno? Ja? Alles klar. Die alte Labertasche. Was ist das? Oh, hier möchte ich, glaube ich, nicht rein. Ist das hier... Da wurde, glaube ich, irgendeine Falle aktiviert. Kann das sein? First Aid Station. Hallo? Hallo? Ja? Killing? Ja? Ja? Alles klar. Achso, ich wurde nicht gefragt. Nein. Jotti? Oh, was ist das denn? Ich habe irgendwas angemacht. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Es sieht aber gefährlich aus. Lol. Okay. Ähm, ähm, ähm. Ähm, ähm, ähm. Hier ist irgendwas an. Ein Reaktor oder sowas. Ich erinnere mich ein bisschen an den Todesstern. Ich habe den Laser vom Todesstern aktiviert. Better. Hä? War das jetzt ein Outing? Eye Protection. Habe ich, habe ich, Leute. Eye Protection. Protection. Ah, hier liegt ein Burger. Wisst ihr, wo eine Batterie für dieses komische Teil liegt? Draußen? Im Traitor Room. Hinter einer Tür, wo nur ein Traitor rein kann. Aber es gibt genug von den Batterien. Ich hatte jetzt auch schon zwei gesehen auf dem Weg. Drei brauchst du mindestens. Also drei brauchst du. Eine ist ja schon drin. Wurde irgendjemand hat sie gesammelt und da drin gelegt. Ich habe nur Batterie gefunden. Äh. Komm mir die denn aufhör. Ach, die muss ich so mitnehmen, ne? Wie ist eigentlich der Käpt'n gestorben? Killing ist es. Er hat im Käpt'n gerade gespielt. Warum, warum musst du denn... Warum kommst du denn in dem Moment, wo ich ihn verstecken will? Er hat gerade am Käpt'n rumgespielt. Oh geil. Warum kommst du denn in dem Moment, wo ich ihn wegschaffen will? Was ist los mit dir? Hättest du nicht auf mich geschossen, wäre gar nichts passiert. Aber ich habe doch mit ihm hier rumgeschwebt. Äh. Ah! Fuck! Sag mal Bruno, willst du mich verarschen? Der trägt meine Leiche und du schießt dich auf ihn? Ich dachte, ich sehe dich richtig. Treffen dich dann zum Kaffeekränze mit meiner Leiche. Leute, es ist nicht so, wie es aussieht. Er lebt noch. Er ist nur müde. Ich wollte ihn gerade ins Bett bringen. Alter! Ich komme so in die Ecke und da stehe ich Killing und spiele mit der Leiche. Und ich denke schon, okay, wieso schießt das? Hi Curry. Was darf ich dir zu trinken anbieten? Oh ja, trinken. Oh, aber hier ist eine Batterie. Ja, sind hier mehr davon? Außerdem Curry, wieso hast du denn versucht, das Traitor-Ding zu aktivieren, wenn du Traitor bist, du Nase? Ja, Ablenkungsmanöver. Hallo, wenn ich eine Batterie da reinstecke, dann klingt doch klar, dass ich so blöd bin und das Ding aktiviere. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Oh, cool. Aber hier, wir müssen probieren. Diesen komischen Puls hier, die kann man teilweise aktivieren. Und Bruno, hast du gesehen, dass in deinem Ding jetzt, dass du aktiviert hast, da noch Gas drin war gerade? Ja. Das war aber beim ersten Mal nicht, oder? Mh, ne. Ne, das Gas kannst du aktivieren. Das kannst du so umleiten. Also, ich wollte schon fragen, Bruno, für wen arbeitest du eigentlich? Macht die Mutter die Fallen an, sperrt die Leute ein. Bruno ist ein Doppelagent. Ich hab ne Schildkröte. Willst du mal ne Schildkröte hin campen? Komm mal her. Ich weiß nicht. Wo du bist. Ja, ja. Wo bin ich du? Hier so. Dann wärst du wieder in diesem Bumseraum da. Bumseraum? Oh, ich bin hier drin. Ja, der Bruno, den hat, weißt du, er und der Raum, den hat sie voll angetan. Torsten, ich leg dir den Torsten hier hin. Ja, hier. Bitte schön. Warte. Torsten. So. Bitteschön. Oh, wir sind mal schick. Wir sind mal was machen hier. Torsten, lass mal Torsten da rein. Hey, lass Torsten da liegen. Warum geht das nicht auf? Der war das am machen da, Sachen machen bist. Machen, Sachen machen. Machen, Sachen machen. Machen, Sachen da. Der Batterie, spring die Batterie vorbei. Innozent übrigens. Oh, wieso? Wo ging's denn da zu den Batteriedingen? Die liegen da woanders, oder? Ich hab mich verlaufe. Bin ich gut. Wer schießt denn da? Das war ein Fass, das hat mich böse angeguckt. Ja, ein böses Fass. Ja. Wo ging's denn in den... Hier, der ist so lang, oder? Aber jetzt ist meine Batterie weg. Wo ist sie? Ach da. Okay. Okay. Jotti. So, eine Batterie noch und dann testen wir mal. Jotti? Ja. Okay. Was ist das denn? Oh, cool. Hier sind ja Kameras. Ich meine, ich bin nicht bei den Kameras. Bildschirm, Ding, Süß. Mh. Mh. Kann man die benutzen? Nee. Ich dachte, man kann vielleicht umschalten, aber nein. Aber man kann drauf schießen, dann ist es kaputt. Wer hätte es gedacht, Leute? Oh, ein Drucker. Nee, Drucker? Ist das hier so ein doofer Raum? Nein, ist das nicht. Ich weiß es nicht. Bruno lauert immer und wartet nur, seine Freunde in die Pfanne zu hauen. Ich hab noch ne Batterie, wir können loslegen. Ich weiß nicht mehr. Ich find den Raum gerade nicht mal mehr. Orientierungssinn! Hat er. Ja doch, da sind wir. Bam. Hast du die Batterie mitgenommen? Killing? Ja, mit dem Magneto-Stick. Ja, hast du die mitgenommen? Ja. Ja, geil. Warte, ich bringe meine Katze-Batterie mit. Warte, ich bringe sie mit. Ich komm vorbei. Muss ich vielleicht noch einen höher füllen? Warte mal, ich glaub, ich bin aufgeregt. Wollen wir uns dann alle bei dem Ding treffen? Dann testen wir das mal. Wenn ich wüsste, wie ich da hinkomme. Ich habe mich wieder hämmert. Bruno ist bei mir. So. Warte, lass mir jetzt den Hamburger dahin liegen. Lass mir jetzt den Hamburger dahin liegen. Wie, er ist den Hamburger? Er ist den Hamburger. Komm mal rein, mal gucken, ob der Hamburger dahin ist. Komm mal rein, mal gucken, ob der dahin dahin ist. Komm mal rein, mal gucken, ob der dahin dahin ist. Okay, warte. Okay, warte. Vorsicht. Mal den scheiß Stuhl dahin. Ja, ich weiß nicht. Na, 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 na. Ne, die Batterie ist es nicht. So, gucken wir mal. Burger? Wo ist der Burger? Der Burger ist weg. Burger's dahin. Bruder, was warst du da oben? Was ist das? Das ist der Trader? Bodo ist dahin, dein Bruder ist dahin. Der Trader kann die Klappe auch auf und zu machen. Ich weiß noch nicht, was da oben ist. Lass mal auf. Ich dachte so, hä, was ist das für eine Leiter? Oh, ich hab hier noch eine Batterie, Leute. Ah! Komm sofort in den Detektor hier rein. Ich hab doch gar nichts. Ja komm, rein, nicht weg! Oh, Alter! Was ist das? Bruno ist es, Bruno ist es, Bruno ist es. Bruno! Okay, Bruno. Ich hab Bruno gehört. Und Bruno startet an der Rakete. Jotti? Jotti? Wer ist das, wer ist das, wer ist das, wer ist das? Das kann nur Bruno gewesen sein. Jotti, ich geh davon aus, was? Was hittet mich hier? Hä? Was zur Hölle? Warum? Warum? Du Sack! Das ist diese blöde Vergiftungskacke! Du Hund! Komm her, du Schwein! Du Schwein! Mann! Ich hab mich hier mit einem Nuklearen Fass in die Luft geerbt. Ein Nukleares Fass? Ja! Ich dachte mir, die Feuerfests explodieren, wenn man drauf schießt. Was macht ein Nukleares Fass? Nice. Was ist das denn jetzt für ein Abstimmungsfenster? Das ist aber ein anderes, ne? Das brauchen wir eigentlich gar nicht, oder? Ich hab ne Batterie gefunden. Nice! Ja toll, ich find den Raum nicht mal mehr. Geil, geil! Warte mal hier lang. Ich brauch ein Navi, Leute. Hi, 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 Jotti, hi, hi. Ich hab keine Waffe, hier liegt ne Bombe! Leute, hier liegt ne Bombe! Alter! Hier liegt ne Bombe! Wo kommt Jotti? Jotti? Ja, hier liegt ne Bombe! Ne Bombe bei der komischen, äh, hier, bei der Batterie. Sieht aus wie C4 mit dem Wecker dran, ohne Witz. Ist es blau? Wie blau? Ne, so rot, wie Dynamitstangen. So, eine Batterie hab ich schonmal. Jotti, sag mal, hast du die da hingelegt? Ist das ein Traitor-Ding? Jotti? Nein! Nein! So ne Scheiße! Ich dachte ich, nein, da lag tatsächlich ne Bombe, die liegt da so rum. Ich dachte, die kann man aktivieren, ihr kommt da fein hin und versucht sie zu entschärfen und dann geht die hoch. Problem ist aber, die hat einen Zeitzünder und geht dann hoch. Haben wir wieder was hier lernt. Ja, wir haben was hier lernt. Oh, Krusty Krab! Läuft. Die große Krabbe. Oh, ich glaub, dass die Krusty Krab sicher ne Shotgun-Map ist. So, ich muss jetzt auf jeden Fall, ne ist sie nicht, die ist ziemlich weit, ähm, ich mach mal neu aufladen Leute! Aufnahmen, 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 aufnahmen stoppen!